Fühlen Sie sich oft erschöpft oder gestresst? Oder sind Sie häufig krank und es ist keine Besserung in Sicht? Es gibt viele mögliche Ursachen. Probleme in der Familie oder Arbeit sind eine Möglichkeit, aber auch Hochspannungsleitungen. Und die ständige Lärmbelastung kann zu Dauerstress führen. Wir vom Institut Wohlgemut arbeiten mit Holopathie, einer ganzheitlichen Methode, die Ihre Energie wieder ins Gleichgewicht bringt. Dieses Verfahren wurde in Österreich entwickelt und vereint die bewährten Prinzipien der Ganzheitsmedizin mit modernster Computertechnik. Für die Diagnose messen wir mithilfe des Computers die Belastungen und Blockaden Ihres Energiesystems. In der Behandlung erhalten Sie gezielt die für Sie optimalen Frequenzspektren als Energieinformationen, damit es zu einem bleibenden Energieaufbau kommt. Das Ergebnis? Sie sind wieder voller Energie und können den Herausforderungen des Alltags mit Leichtigkeit begegnen. Wie gut Holopathie funktioniert, beweisen die vielen guten Bewertungen, die wir regelmäßig erhalten. Natürlich gibt es Fälle, wo die holistische Therapie nicht zum gewünschten Erfolg führt. Dann ist der Arzt gefragt. Optimal ist es, wenn wir gemeinsam an Ihrer Gesundheit arbeiten. Mit Holopathie machen Sie den ersten Schritt in ein ausgeglichenes, gesundes und energiegeladenes Leben. Sie wollen sich endlich wieder wohlfühlen? Rufen Sie uns an oder besuchen Sie eine unserer Homepages. Wir bringen Sie wieder ins Gleichgewicht. Und wiederholfen Sie uns an in Sie sie